und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben retro freunde hier bei euren retros der retro susi hallo und dem retro julie und willkommen zurück bei new super my bros week heute in der letzten offiziellen welt die welt acht hier in der lava in den bausers zu hause hier müssen wir uns diesmal durch kämpfen durch die lava du dich schon mal gut ausgerüstet mit einem propeller ja bringt auch glaube ich nicht viel aber guck mal ich habe gerade keinen power up aber schauen wir mal mit die okay dann versuchst ja grüßellblumen jetzt wäre sinnlos jetzt die zu nehmen warte ich brauche euch machen wir haben eh voll leben hier aufpassen lexen und ich lasse mich vor oder und das war so ja daneben der nebel ja und nicht zu sehr aber dürfen gerne jetzt 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 genau hier müssen wir uns beeilen weil sonst kippen die dinger um das heißt nicht man hoffentlich ist da mal keine pflanze drinnen scheiße ich habe nicht aufgepasst das war ich richtig jetzt habe ich dir das teil weggefeuert aber irgendwann machen die steile bestimmt irgendwas kaputt was man holen müssen das kann ich mir vorstellen wo vielleicht eine pflanze auskommt oder so ja das hört sich am anfang bloß so ja ich kann nicht woran jetzt jetzt los ich kann doch nicht ja ich was soll ich machen doch nicht genau hat da jetzt springen ab ich muss springen dann ist jetzt runter da nimmt wortet euch ja du musst ein stück jetzt jetzt mal egal dass die blöcke ja ja klar der nebel kommt der todesnebel oder nicht dass hier meine klicks was machst du doch nicht so weit springen mein du ja scheiße legge noch nicht ein drüber springen drüber springen lass sie sterben mann was ist denn das kommt doch einmal nicht drüber ich muss ja wenn die stecke ich muss ja wenn die stecke kommt man wenn du so weitermachen wirst du streich alles raus machen hoffentlich verlierst du bei mario torty nein ja dann nehmen wir trotzdem jetzt ja klar kommt er jetzt ich hab fünf vier leben schon verloren wo kommt das erste der kassi und das noch der erfüllten volle leben das ist ja so gut weil wir mal passen wohnen wir noch da hinten wird er hoffentlich nicht Nee, das kann nicht sein. Aber mit Sicherheit irgendwann eine Wand hier drunter. Warte mal, warte mal. Nicht, dass da... So groß ist das Rad hier nicht. Er muss sich jetzt nicht beeilen, ey. So, ich habe Feuerblumen. Das sieht nicht ein. Oh, pfff. Höh. Alter, er ist... Warte mal, warte mal. Ist da nicht Schnee? Schlupf. Schlupf, so, hier ist ein secret exit. So. Hier ist doch irgendwas bestimmt. Da unten. Ah, ich wusste es. Genau, wenn ich hier nicht vorn... Näher, rennen kann man nicht, okay. Da unten ist doch... Ja, ich... Da unten ist doch irgendwas. Wie kommst du denn da... Und du musst da hinkommen. Hallo. Ah, das stimmt. Äh. Nein! Boah! Pfff. Okay. Ich weiß, die Frage, wo brauchst du den denn jetzt? Oh! Warte. Ah, 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 ah. Warte, komm her. Hä? Da kannst du aber alle durch die Wand. Hätte irgendwas total was drin, hundertprozentig, ey. Glück ich jetzt hier nicht, ey. Warte auf, Lade, hat er. Scheiße, ey, boah. Ja, die dritte kriegen wir jetzt bestimmt nicht mehr. Das ist Secret Exit, hundertprozentig. Pfff. Na, ich doch. Muss beim normalen, ne, Ausgang der dritte sind. Mö, ich überhaupt noch. Wofür hat das denn jetzt hin? Ach, ein Extra-Welt. Okay. Okay. Ist das jetzt zu drei, oder hast du zu vier? Ja, okay. Sieben, ach du da jetzt mal zum Flüsschen erst. So, gib Bock mehr. Ja. Mach ihn noch. Ich hab Bock mit dir überhaupt noch was zu reden, also. Naja. Anstrengend wie vor. Ne, andersrum. Du bist anstrengend. Sag ich euch. Zeit, dass wir uns trennen. Ja, ist so. Okay. Ja. Was wird das jetzt? Du sollst ihn nicht hochnehmen. Tschüss. Ja, passiert aber so stirbst. Ja. Komm, Willa! Nö. Mache, Mann! Lass das, ey! Ist ehrlich, ich knörde. Ja, ich sag ja auch nicht mal zu, ey. Oh, sehr gelohnt. Nein! Nein! Ja! Oh! Oh! Eww! Da, ein Stern! Warte! Warte! So, und alles. So, gehen wir mit Style rein entziehen. Das hat so 7 ja nicht vergessen. Was hat er jetzt immer noch, ey? Die Stimme. Doch, ich wurde verboten, also. Mann, ja, du verbieten so gleich, ehrlich. Ist so. Oh, sie ist ein geiles Kind. Lass es. Hoffentlich verlierst du heute Abend. Sorry nicht? Du hast es nicht verdient. Heute Abend, wenn ich das hochladen, ist es schon vorbei. So, kannst du. Ich meine Mario Party. Ich weiß, trotzdem ist es schon vorbei, wenn ich das hochlade. Hoch! Mann! Scheiße, ja. Geh doch! Mann, hör doch mal auf. Mach ich auch nicht! Doch, du meckerst. Meckerfutzer. Ich sage nur die Wahrheit. Was? Ja, ja. Sag gleich mal ein paar Wahrheiten, du. Was? Ich sage gleich mal ein paar Wahrheiten. Was? 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 Was hast du gesagt? Kommst du mal? Das Feuer ist da. So. Entschuldig bist du. Bestimmt. Du bist genauso ein Hater wie die ganzen TikToker. Ha, 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 ha. Jo, okay. So was nennt sich Portzlauch. Ajiot. Du siehst dich ein progen. Aww. Du kunst doch nicht mal einen Hoh. Warte, 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 echt ewig was. Was? Nicht. Ja das mag ich auch nicht. Ja, hier. Ja, aber. Und ich. Nicht du. Ich hab's mit Sicherheit irgendwann in der Münze, 100% nicht. Geh hoch! Ich könnte wetten, hier ist irgendwas hier in der Münze, ohne das Teil. Mann. Nee, da nicht. Na gut. Du kannst mir... Ja, hier in der Münzen schon weiter, ne? Geht nur links oder so? Jetzt setzt's dir meine Seite. Springen! Da ist doch was drin, oder? Da holen, Pupp. Komm her! Halt, blieb mal hoch! Lass mich das... Du kleiner Hurensohn, ey. Wo ist denn zu behalten? Geh da mal links hoch, da. Nee. Den brauchst du mit Sicherheit für irgendwas. Ich lieber... Ey, dieser trägst Hurensohn an der Jebeben. Sag mal an! Verlass den, der tötet uns Peter noch, ey. Brauchen wir nicht gucken, wir haben ja das. Fick dich einfach! Nein! Nein! Nein, nicht der schon! Nein! Komm her, hier! Ich komm hier nicht! Ich muss weiter. Pech! Nein! Man sieht... Man sieht... Huuuuhh... 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 Oh, jetzt kam ich, ja... Was haben wir so können? Huuuuhh... Kleine Marini randeln... Du, rechts! Huuuuhh... Huuuhh... Huuuuhh... Huuuuhh... Huuuuh... 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 Du steigt wo... Du bleib mal hochgehen, steigt's... Und da sich... Das bleibt safe nicht so... Geschäftrats Trocken Oh oh... Hauuuhh... Jetzt des Erste... Komm erst mal hier rüber... Hup... Als Secret Exit gibt es keine mehr jetzt. Das war vorhin das letzte. Nicht hier drin, oder? Das war vorhin das letzte Secret Exit. Ja, aber das hilft glaube ich ja nicht. Warte, ich gehe an der Seite lang. Ahoi, hoi, Schnee. Warte. Lauf doch! Ach, ooooh. Äh, hm. Ja, bleib ruhig du da. Ja, da ist nichts. Hm. Hm. Jetzt, ich hab da nicht wahr, eben. Ich bin mir da nicht so sicher. Ach, die redet immer noch nicht, ey. Ich finde die Krise. Ich darf nicht reden. Schon vergessen? Ja, ja. Ein A. Ja, danke. Ja, ich dachte du läufst durch. Wir haben eh jeden verpasst. Langsam mal rechts. Ja, der Krug ist voll. Ja. Ist doch wirklich. Läufig. 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 Links. Ja, geht einfach nicht weiter. Doch, hier. Ich hoffe, da ist jetzt der zweite Coin. Warte. Aber rechts ist schlimm noch ein Item. Geh weg, ich mach auf. Ich... Oh, die, oh, die Blumen haben wir noch. Ich wollte... Ich krieg jetzt. Hä? Ja. Ich bin klein, ich bin klein. Mach, du klein. Ich war doch noch... Ich hab doch noch einen Blick, Mann, Mann. Was ist denn das? Ja. Watsch da eh. Ich krieg es. Mach Blasen oder bist... Blasen. Ich kann das nicht. Und wo jetzt nicht weiter? Ach, hier. mach Blase Frank, lass es mach Blase, was du gut kannst erhintet nicht, aber nicht bei dir mehr äh, äh äh, äh äh sagst du uns zu offen haben, sind wir mal entspannter sind sie jetzt, war doch noch am Anfang nee, kann ich nicht Kamik, du Bastard ist das nicht Fake Kamiks irgendwann? war das nicht das? ja toll, da komm ich hin ja du Sack Amen jetzt hab ich dich auch du kommst jetzt nicht hier beide 95 leben ach, freu dich so, den zweiten Abschnitt gibt's da wie immer beim nächsten Part ich hoffe dann hat Susi auch ein bisschen besser Laune ne ne, gut wir haben uns beim zweiten Teil wieder hier in Welt 8 freilich gerne wieder heim bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020